Halli Hallöchen liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück bei GTA Stunt Races hier mit dem DaluKart, dem Maru, der Flocker, der JulliVersal, dem Papuzenwand, den Kunderand, dem Nils, dem Sachsen, dem Alex, dem Hotter, dem Items und meiner Wenigkeit, Maxi McLei. Hallo. Hallöchen liebe Freunde. Transformers. Mit dem Wagner. Ich bin so froh, dass wir alle kurze Namen haben. Verwandlung. Heißt der einfach wandern? Verwandler heißen die. Wie komisch der aussieht. Was ist der Checkpoint? Wo ist der Checkpoint? Wo ist der Checkpoint? Wo ist der Checkpoint? Dann mit einem richtiges Rampfen. WOOOOOH! Nice save. Wohohoh! Oh Gott. One run, my order. Ach, das ist so run. Wir leben noch. Alex! Oh! Oh! Gleich zur 1st Base! Jetzt liegt er zur 2nd Base! Wer ist der Weiße? Alter, wie geil steuert sich das? Was ist das? Das ist eine Selbstdrehung wieder. Alter, wer ist eine Lilane hier? Fahr doch! Oh oh! Da ist nicht viel Platz, oder? Ui! Reicht! Ah! Nein! Alter, der los ist erst! Das ist 1. Platz mal wieder, kommt da nicht rüber! Das war Karma! Für was? Dass du wieder das Base rausgehauen hast! Ja, Hotter! Das sagt er richtig! Hotter? Hotter wieder! Der Hotter! Der Hotter! Der Hotter! Der Hotter! Das geht! Das ist so easy! Ja, Kunran! Ich will mit euch fliegen! Ich will mit euch fliegen! Wer da nur den Flügel abrammt, der kriegt einen Euro! 1 Euro! 1 Euro! Ich bin schneller als du! 1 Euro! Du bist doch da! Was macht ihr denn da? Ich flieg außerhalb der Röhre weiter! Das geht! Ich krieg die Checkpoints! Ja lol! Der Cheated! Aber wie? Hallo wieder am Schummeln! Ja, ich hab' mir aber zurückgesetzt! Man hätte echt oben weiter fliegen können jetzt, ne? Ja, aber ich bin trotzdem vor dir! Ja, ich hab' zurückgesetzt auch! Ich bin liegen geblieben auf der Röhre! Danke, Kunran! Ja, gerne! Sich in die Kurve hauen! Aber irgendwie sind diese Wasserdinger langsamer als sonst! Ja, immer ja! Als sonst! Wir haben die nie gefahren! Du weißt, dass wir die anderen... Wir haben die Jets noch fahren! Wir haben halt diese Müll-Skees! Ja, das stimmt! Ey! Der ist voll Laser! Alter! Also bei ruhigem Wasser kannst du damit ja nicht viel falsch machen! Naja, aber das ist... Das wird noch nicht wirklich recht! Jetzt kommt der Boost! Oh shit! Danke! Oh da! Wir müssen nach rechts! Rampt euch ruhig ein bisschen! Wie kommt richtig da raus? Wie soll das denn gehen? Oh ja! Mit Boost! Yes! Okay, der nächste! Alexander! Hallo! Hallo! Guck mal meine Loopings an! Geh ich jetzt nach rechts! Oh! Oh! Hoppala! Hoppala! Boah, du hast den ersten Platz abgestürzt! Oh! Guten Tag! Ja! Alex! Hier sollte man übrigens wirklich L1 benutzen! Ne, wieso? Ich drehe das Ding und zieh dann rum! Ich nutze nur den linken Ding! Der hat die Wand gerammt oder... Also ich benutze hier L1, dass ich halt in dieser Schräglage bleiben kann vernünftig! Ja, das mache ich auch nicht! Ich auch die ganze Geschwindigkeit! Die richtige... Also ich hole hier auf! Ne, ich hole auch auf! Ja, ja, aber gut... Also man verliert auf jeden Fall dadurch keine Geschwindigkeit! Du hast auch... Oh! 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 Qual ... Ich ... Ich schnetze dich! Weil der Wand nicht weg kommt, du nicht weg! Wieg nach oben, du ... ... Scheiß ... den Müll! Oh, mein Guinea! ... Ich bin der Beste! Ich bin der Beste! Eeeeh ... Scheiß. Das wird ein richtig langes Rennen, ney! Der Kron! Oh! Die Kron! Oh! Oh! weh-oh! Scheiße! Die Röhre wie viel Dretscher! Wie viel klein ... Die Röhre ist super. Die Röhre ist riesig. Beim Reinfliegen hatte ich das Gefühl. Ich mach den ganzen Tag nichts anderes außer GTA-Spielen. Nebenbei bewirtschafte ich noch meine 100 Hektar Enger. Du hast doch die ganzen Simulatoren. Endlich wieder ein Auto. Hier gehts wieder los. Ich bin auf der Bodenwelle. Geil, komm. Nach jedem Checkpoint-Stack. Mühsam ernährt sich die Studie-Hörnchen. Bist du beim Hedio oder beim Flugzeug? Ja gut. Versuch in der Schräglage zu bleiben. Ich bin einfach auf falsch rum gespawnt im Auto. What the fuck? Einfach direkt komm über. Super, danke End. Du hast mich doch gerammt, du Pfeife. Wir sollten alle Dalu raushauen. Kamer und Sohn. Du hast mich grad auf den letzten Platz. Auf den letzten. Auf den letzten. Alexander Jolie. Die immer noch im Heli hängt. Wir sollten auf jeden Fall immer nur zwei Runden bei den Strecken fahren. Die sind schon sehr lang. Ich hab einfach drei eingestellt. Ich kenn die Strecken ja nicht. Und man hat den Spruch auch als erstes geschafft. Hallo Gott, ran! Aber mit Abzügen. Aber nicht zurückgesetzt. Kann sein, dass ich jetzt den Sprung nicht schaffen werde. Das Problem ist, wenn du einmal hin bleibst, ist vorbei das Rennen. Nein. Oh mein Gott. Du kommst mit dem Gerag nach vorne. Kann ja jeder rausfliegen, Alex. Ja, aber... Wenn keiner einen Fehler macht. Ja, aber trotzdem kann jeder einen Fehler machen. Bei den Hubschraubern und Flugzeug ist halt nicht heranzukommen. Ich mach den Sprung da nicht. Das ist voll merkwürdig. Also es sind ungefähr so wie das McDonalds. Das Rennen. Ja, aber du musst ja denken, jeder kann doch einen Fehler machen. Was ist eine McDonalds? Ach, die Map meinst du? Ich dachte gerade. Ich hab mich auch nicht ausgegeben. Gehst du McDonalds, rennst du nur der Thegehalt. Große McDonalds. Habt ihr genug, Schrauber? Kann ich eigentlich mit dem Auto auf der Röhre fahren? Mit dem Happy Meal. Die Reifen sind ja drauf. Mit dem... Du meinst mit der... Mit dem... Mit dem Flieger, ja. Das ist schon geil. Ich mag das. Der Flieger. Überflieger. Der neue Schraube. Der Überflieger. Alex. Der Sterb, ne? Nee, du ist sterben. Komm her. Oh, dein Mond nicht noch da drin. Also ich hab Flugzeuge aber gut aufgeholt auf euch beiden. Das ist... Du bist das hinter uns? Ja. Wollte gerade fragen, wer ist der Pink Laster-Zollger? Aber das ist du. Ich sag euch... Juli, was ist los? Ich krieg euch beim nächsten Flieger. Ich weiß nicht, wie ich fliegen soll. Ja, wenn du das sagst. Hallo, hallo, hallo. Aber jetzt sieht man auf dem Jetski davon. Ja, ich drück mal nach vorne. Ja, toll. Aber ich drück nach vorne. Ey, so geht's. Also ich drück nach vorne. Komm nach hinten. Weil... Also komm ich voran. Seht ihr das Motorrad oder was? Jetski. Nehm den Stinkefinger, Alex. Nehm den Stinkefinger. Ja, wir sind halt im ersten und zweiten Flieger. Ich hab das Gefühl, wenn man nach hinten dann... Bremst doch. Boah. Tut mir leid. Bist dann eingeflogen. Die Beschleunigung raus. Ich küche euch im Flugzeug. Ungelogen. Jaja, das Flugzeug von uns ist ja langsamer. Ja, von euch beiden? Ja, weil wir dann dort wechseln. Was? Wir haben beide immer wieder einen Wechsel. Achso, ja. Ihr fliegt einfach nicht. So sieht das aus. Erzähl mir nicht. Oh, da kommen die anderen, Alter. Wir haben uns gekreuzt hier. Ich bin ja ein bester Flieger, eben best. So. Oh. Also wenn der Rest offline ist. Pack it. Ab und zu. Checkpoint nicht mitbekommen. Oh, items fliegt extra hoch. Extra tief muss sie eben fliegen, Eile. Kondra, was machst denn du da? Echt? Wenn Checkpoint nicht mitbekommen. Wenn drei Leute sich gleichzeitig transformieren, dann setzt der Soundrunser aus, hab ich das Gefühl. Da ist Julie. Da ist Julie. Die Kondra, was ist das? Die Kondra, was ist das? I am. Oh. Oh. Das war ja ne richtige Assi-Aktie. Du bist nach oben geflogen. Wann droht ich doch mit Absicht gerangt? Nee, nee, nee. Du bist außer mein Heli geflogen. Die Straßen muss immer so anders. Womit kann man sich jetzt gerade halten, Kondra? Also ich... Die laufen jetzt nicht gut, Kinder. Scheiße, scheiße, scheiße! Wer ist das denn hier vor mir? Das war's mit der Werbefreundlichkeit. Das ist doch schon vorbei gewesen, wenn sie hier war. An welchem Punkt hat das auch gehört? Hallo, seh ich dich nun nicht, oder? Ich bin genau über dir. Ja, ich hör dich. Ja, ich hör dich. Im Heli übrigens, solange man nicht oben an der Röhre ist, einfach immer Gas geben. Und einfach komplett stick nach ganz vorne drücken. Oh, loll! Was ist das? Die zweite Runde gehörte mir. Was ist das? Ich war neben dir. Ich war neben dir. Ich hab mich hier in den Aufschlag. Das weiß ich auch. Hey, wieso? Du bist doch vor mir. Weil ich hinter dir gestartet bin. Ich bin ja daneben. Also ich hätte auch kurz hinter dir bleiben können. Wuhu! Die zweite Runde gehörte ja dir. Oh, ich komm voran. Oh, schöner Sprung. Oh, ist schön. Das sah gut aus. Oh, hier ne neue Fast & Furious Trailer. Es könnte ja mal so ne Szene geben um Fast & Furious, wo die ein Baseballfeld langfahren. Oder gibt's das? Dann kommt das auf. Und das ist dann auch wie diese Landebahn. Die ist dann viel größer als ein echtes Baseballfeld. Warum machst du denn so ne Kurve? Dachte du nimmst die weiter. Aber warum? Das Auto ist doch mega gut. Weißt du? Du kannst ja... Ich hab die eng genommen. Irgendwie so eng ich konnte. Alter, der muss aufpassen. Wir werden hinter mir jetzt Lupin machen, ne? Hast du n' Schwung geschafft? Mit Problemen? Wuhuuu. Genau oben drüber. Scheiße, jetzt kommt der Bobo wieder. Hi! Hi! Er wusste auch wer gemeint. Ja, sonst ist ja keiner. Hallo! Du hast mich ja nie richtig gefinniert. Alex! Nur weil du die Röse nicht kriegen würdest? Ich bin so ne fette Raupe gerade. Meine Aläser. Hast du gesehen, Alex? Ich glaube, du hattest die Helikopterfahrt geschafft. Da unten fahren sie. Das ist immer so nice. Oh nein, Julie! Boah, die ist, ey! So weit sind die schon. Finish eben! Ja, der Fähre Dalu wieder unterwegs, ne? Ausweiten, ne? Also, da konnte keiner wissen, dass das so funktioniert. Finish him! Ja, 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 ja. Mit Ansage getan. Die Glaubwürdigkeit ist ganz klar. Aber ich wusste nicht, dass er einfach explodiert. Ich hab ihn berührt und er ist direkt gepflanzt, ey. Ich hab das so gut gemacht, Alter. Ich hab das richtig gemacht. Nils, das war... Ich wollte dich rammen. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht. Ich wollte nicht, dass du... Ich hätte das auch nicht gewusst, dass das passiert. Ich weiß es jetzt. Ich fand der Dalu schon zwei rausgekommen heute. Nein, du hast mich gerammt, das weißt du genau. Weißt du, Alex beschwert sich hier gar nicht. Alex hat mich von hinten auf der Rampe gerammt und ist dann weggedreht. Nein. Doch. Du bist voll. Dalu tut's nicht. Finish. Finish. Jetzt kam wieder ein Flugzeug. Das schmeckt mir jetzt gut... Ja Flugzeug. Ja, Flugzeug. Weißt du, wo ich bin, Items? Ohohoho. Ohohohohohohoh! I-�� 6. Atten ich würde auf deine Flügel aufpassen. Ich hab gelandet, komm Items lassen nicht. Komm, Items lassen Nucksedek. Was? Wir landen ja jetzt gleich. Haha. Komm, wir landen in den Flieger. Oh oh, absturren... Ich bin noch am Rennen, kann ich noch mal auf... Ja! Ich kann wieder abheben. Das Ding hat ja auch die ganze Zeit Reifen raus, oder? Ja, ich stand gerade auf dem Boden und bin wieder abgehoben. Der abgehoben ist er. Das ist die gefährlichste Stelle. Ne, ne, ich bin nicht in deiner Nähe. Ja, das macht er immer. Ja, so kennen wir den Alex. Also Alex ist auf der neue Finnish, Leute, was weiß ich. Finnish, Alex Action. Juli, wo bist du? Juli ist immer noch in der Röhre. Nein, ich war zu tief. Juli ist immer noch in der Röhre. Ich bin vorangestellt. Ja, ich bin ab dem Boden berührt mit dem Heli. Heidems. Was ist los, hallo? Ich würde ein bisschen auf mich warten. Hinterkapuze, das war's. Damit wir ein faires Rennen haben. Das hast du doch schon beendet, als du dich auch richtig gerammt hast. Ne, komm, bei den Hinterrennen. Du willst doch nicht sagen, dass du mich absichtlich gerammt hast. Hey, den hast du noch. Den hast du noch. Den hast du noch. Du hast mich absichtlich gerammt, Alex. Das ist eine einfache Geschichte. Jetzt warte kurz. Geht nicht, wenn ich auch vermittelt bin. Warum auch immer. Du holst mir das sowieso gleich noch auf. Das Rennen ist direkt, wenn du das Auto bekommst, zu Ende. Ja, ich wollte nicht hochziehen. Oh, ja, dann würde ich mich mal anstrengen. Hallo? War dein Flugfehler gerade ein Problem? Nicht so zu Ende verloren. Entschuldigung. Flugfehler hin oder her Items. Weißt du, wer gerade richtig Speed hat? Oh, fuck. Das hat nichts mit dem Affin. Weißt du, wer gerade richtig schnell im Heli sitzt? Ey, sag mir nicht, es wird schon wieder schräg. Alter! Ah! Ja, mein Gott. Was ist da los? Nach dem Leckfleisch liegt an mir vorbei. Nach dem Glück sind wir nicht dabei. Die letzten sind... Ah! Oh, oh. Nein. Ich bin am Ziel vorbeigefahren. Ich wollte reindrehen und bin einfach weggedrehen. Ja, nice. Wer fliegt da unten? Ich will da... Juli macht ne Ehrenrunde. Ich kann es dir erlauben. Wer ist nicht normal eigentlich? R-Berlin. Flugzeug. Flugzeug, genau. R-Berlin, aber das R-Gesagte. Oh, 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 oh. Da wurde ja auch direkt kontrolliert, der Typ. Der Alex hat mich weggesprengt. Was denn? Ja, scheiße. Guck mal Alex, wenn du alles weggehauen hast. Ich hab gar nicht gedacht. Alex hat sie alles. Ey, das sind aber Beschiss-Items. Ja, das weißt du das selbst. Bei mir warst du nämlich vorne. Bei mir warst du vor mir. Du warst im Hologramm vor mir. Wir müssen auf die Zeit gucken. Bei uns stand aber... Bei mir zumindest stand auch Dalu, oder? Ja, Dalu ist... Oh, dieses Pink sieht ja super aus. Bioloko. Na klar. Aber jetzt schauen wir auf die Zeit. Wir waren... Wir waren in den anderen. Ja, da war doch dick Platz. Ja doch, das war schon knapp. Wir waren halt wirklich in den anderen. Das ist doch super knapp. Das ist doch super knapp, ja. Ja, es war nicht so knapp. Ich hatte letztes Jahr auf Passion. Da war ich auf der gleichen Zeit wie der anderer. Nodal und ich gleich stand im Scoreboard. Ja, mit mir mal. Ja, wenn ich jetzt aufhören wollte. Aber ich hab die Gleichheit, ja. Wenn ich jetzt aufhören wollte, wärst du vor mir gewesen. Ich war davor schon vor dir. Ja, aber jetzt sind wir gleich, du Bobo. Ja! Okay, dann machen wir auf jeden Fall nicht mehr drei Runden. Obwohl hier drei vorgegeben werden. Ja, das ist zu lang, glaube ich. Zwei. Sehr gut. Für unsere Nerven. Ist hier was Neues bei? Ja, direkt die PCJ600. Zweimal nach rechts, dreimal nach rechts. Ja, neu in unserem Stuntrenn ist sie. Also, auf wieder an alle Zuschauer. Neu bedeutet nicht in unseren Rennen. Die gibt's schon ewig. Da steht nämlich immer da. Die hab ich schon von lange. Das geht nur von unseren Rennen. Das Echo gerade. Voll geil. Was ist das denn da hinten? Hupen. Hupen. Oh Gott, das Bild. Guckt euch mal die Map links an. Da hängt ein Reifen raus. Die nennt sich Schrottplatz. Also passt das. Das werden alle sterben. Alter, die geht ja voll gar nicht ab. Und wir haben den Spiegel, da fehlt noch der Helm. Alter, was hast du gelegen hier? Der Mittelfinger, du musst es doch sehen. Fingern, geh weg ey, der Mittelfinger. Oh, alle rein, wo stehen sie alle? Oh nein, und voll Chaos. Voll Chaos. Ich komm hier nicht raus, ich steck in der Masse fest. Oh, 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 oh. Ich glaub, das ist Feierabendverkehr in Holland. Oh mein Gott. Oh nein. Könnt ihr ihm sein lassen, hört auf. Klass. Unten lang, ja. Unten lang, unten lang, oh mein Gott. Joel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin direkt unter dir. Oh, ich werd hier eingequickt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab nichts erwischt. Der Mann ist tot. Der Mörder, du lieb. Der Mörder. Das ist nicht gut, Juli. Der Mörder, du lieb. Ich bin überrascht. Aber nicht mehr lange. Nein. Nein. Ich bin ersoffen. Nein, das war ich. Oh mein Gott. 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 Ich werd das immer tun. Was hab ich dir gerade gesagt? Darum, abo, flieg gerade. Flieg gerade. Du bist unter mich drunter geflogen. Oh nein, nein, nein. Ich bin hinten dran. Und ich werd die Katze einholen. Und ich werd die Katze den Flügel abraten. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Der ist doch sehr großzügig, der Kreis. Kreisangehen. Ja. So ist der vom Flugzeug von Patrick. Das kann sein. Oh Gott, hier sind viele. Ja, hier sind die ganzen Radis. Ja, hier sind die ganze Radis. Die ganze Rasselbande. Die Rasselbande. Können wir auch dazugehören zur Rasselbande. Oh, Gibi. Geh den Hells Angels. Äh. Oh. Alex fliegst du weit. Alex, very close. Und du bist richtig. Ne, ich bin richtig. Ich bin genau reingeflohen. Ja, du bist genau reingeflohen. Was? Ich bin auf so ne Welle hier gelandet und einfach nach oben. Du baust. Baust. Die kürzen alle ab, die schummeln. Warum? Schummeln. Ja, Dalu. Was? Was ist das denn? Kein Formel 1 hier. Das kann nur jeder. Das war's. Was war's? Das ist eine Runde jetzt gewesen schon. Ich verdrückt die. Das ist jetzt. Kaputt bist du da? Hup. 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 Hey, ich muss da 50 Dollar in meinem Schlaf. Donk. Big Clive. Hier vorne. Warte, Mils. Mils. Hey, guck mal, hier ist der Glatzenmann. Wir kommen noch mal ran, Nils. Ja. Schaffen wir. Oh Gott. Oh shit. Hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Links. Der Rasenmäher Motor läuft. Da ist Items for second place. Ah, hey. Items for second. Läuft. Wir holen was anderes. Jetzt geht's wieder los. Maxi lieb sein. Was heißt denn Maxi lieb sein? Räume ich dich jetzt nochmal ab? Wieso hast du ja nicht? Ich bin danach selber abgesucht. Oh Gott. Kapuze. Erstmal hab ich bei dich abgeräumt. Boah. Warte, wenn die Kurve nicht eng bin. Oh Gott. Items wieder. Ey, Items. Weißt du was? Ich hab den Scho. Ah. Ab. Ab. Oh nein. Deswegen musst du zehn Leute mit dem Tod reißen. Oh viel Leute weg. Oh. Fünfter. Fünfter. Easy. Easy game. Das war ne Kettreaktion. Und jetzt Finish him. Oh lieblich. Otter, du bist dran! Otter war auch der Killer hier, ey. Der Akro-Kart ist wieder unterwegs, ey. Ich hab keinen Grad abgeräumt, das war alles ihr. Ich hab Club profitiert. Irgendwie von oben getroffen ist dann... Nehmen wir uns ein bisschen da? Ne. Nicht ganz, ich komm's vielleicht mal an. Das ist nur mein Rennen, das merk ich. Das ist dein Rennen, ey. Wer ist einfach nur nicht abgeräumt? Wer ist der McDonalds Racer, ey? Und da du dir einfach zwischen Durst, ey. Easy. So, aber jetzt nicht wieder der Mist. Ich flieg nicht zu weit, ich bin King, ja. Der King? Ey, ich bin der Keksdose. Wuh! Dann wollen aber alle nicht ran. Und wer geht noch? Ey, lass dich geh weg, verpisch dich hier. Alex, zieh dich. Darf ich dich streicheln? Ich komm nicht mehr ran. Nein, ich komm nicht mehr in den Windschatten von dem Windschatten. Nein. Ich hab auch keinen Windschatten bekommen. Ja, ich auch nicht. Ah, da vorne war schon zu Ende. Ja gut, Maxi, das war ne ziemlich dämlich. Ja, nachdem heute hab ich rausgehauen. Da gönnt ich aber nichts dafür, ich wurde von oben geraten. Zweimal, eigentlich zweimal. Ja, aber das erste Mal war ein Unfall. Das war ne Kettenreaktion. Da war wirklich so ne Kettenreaktion. Und einer hat sich nicht dreht. Er hat den Checkpoint nicht bekommen. Und dann hat sich einfach nach oben gezogen, hat er. Und hat aber, glaube ich, alle mitgeräumt. Da sind vier Leute abgeschüttet. Oh Gott, ich schaff's. Sieben Sekunden. Riesen. Ich frag mich aber generell, wie du nen Checkpoint verpasst hast, Items. Weil da war ich riesengroß und du warst ja direkt unter mir. Und ich war ganz gut nach dem Checkpoint. Ich war wieder zweiter. Ich wurde weggerannt an dem Moment. Ja, ich war doch vor dir im Spiel. Du warst nicht vor dir. Ich war zwar zweiter vor dem Spiel. Geh dir die Wiederholung an. Guck den Video. Guck doch bei mir im Video. Tu mal das, Alex, ey. Du bist dabei. Hey, ich hab bloß früher noch schnell fallen gemacht. Ich krieg halt zu wenig Punkte dafür, wenn ich immer nur Zweiter werde, angeblich. Alex, äh, McFly, du bist dran. Ja, danke fürs Zuschauen. Aber guck mal, die ersten beiden Plätze haben gleich viel Geld und Punkte bekommen. Und bis zum nächsten Mal. Schaut bei den ganzen Kaninen vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.